Liebe Theaterfans nah und fern, ich bin Bodo Busse, Generalintendant des saarländischen Staatstheaters, das leider momentan für einige Wochen geschlossen ist auf allen Spielstätten. Aber damit es Ihnen nicht ganz so langweilig wird zu Hause und Ihre Sehnsucht nach Theater ein bisschen gestillt wird, haben wir einige schöne Trailer vorbereitet für Sie aus allen Sparten aus allen Ensembles, Schauspiel, Musiktheater, Tanz, das Staatsorchester, grüßt Sie sozusagen von zu Hause in Ihre Privatwohnungen. Wir senden Ihnen viel, viel Gesundheit. Bleiben Sie zu Hause, stay at home, bleiben Sie Ihrer Liebe zum Theater treu und genießen Sie diese kleinen Trailer, die Ihnen ein bisschen die Wartezeit zur Wiederöffnung unserer Spielstätten am Staatstheater verkürzen soll. Bleiben Sie gesund! 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 Vielen Dank.